Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Crysis 3. Ja, er sucht gerade eine schöne, fleißige Sitzung und hoffe, er findet gleich ein paar Kontrahenten, mit denen ich mich duellieren kann. Das würde mich sehr freuen. Na komm, hopp, 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 schneller. Ja, scheint heute nicht so viel los zu sein, oder? Er will mich gerade irgendwo rein in den Modus werfen, der nicht so gefragt ist. Naja. Da, 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 da. Hm. Dann scheint es heute nichts los mit Jäger. Ah, doch, da sind sie ja. Ich habe nämlich ein bisschen Lust auf eine kleine Runde Jäger jetzt. Will euch ja auch ein bisschen Abwechslung bieten, damit es halt immer so kreuz und quer geht. Und danach, dieser Runde Jäger, oder A2, je nachdem, werde ich einfach, wenn ich ein Spiel starte, hier auf dem Multiplayer, alle Optionen frei haben. Das heißt, dass es dann einfach egal ist, auf was ich stoße. Ja, Hurra, ich bin ein Jäger. Ich liebe es, Jäger zu sein. Los, lauf, 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 lauf. Ja, super. In 60 Sekunden soll ich hier noch groß jagen. Scheiße. Ist ja gute Taktik so, ja. Naja, das ist jetzt, dass wir wieder reingeworfen werden und gut ist. Ah, was machen die denn mit uns? Boxen. Bing. Ah, na los, komm, 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 komm. Schön, dass ich immer noch Jäger bin. Das finde ich sehr interessant. Na ja, klar, die Runde ist ja noch nicht um. Ja, komm, 10 Sekunden, ein Kill wäre doch noch schön, oder? Schade. Na ja, wir wollen ja eh erst mal reingeschmissen. Die nächste Runde ist ja erst die, die wirklich zählt. Yay. Ja, passt. Mal kurz die Nase geputzt, bevor es losgeht. Ich weiß nicht, ob ich auf Jägerjagd gehen sollte, oder ob ich mich einfach wieder verstecken sollte. Ich glaube, ich mach mal hier die Runner-Taktik laufen, so viel es geht. Solange bei mir kein Piep-Piep losgeht, werde ich auch nicht vorsichtiger werden. Da muss eine Munitionskriege. Was war da für eine Abstimmung, die ich nicht mitgekriegt habe? Ja, schön, dass der mit dem Schild sich hinter mir versteckt. Ja, links, rechts, links, rechts. Irgendwo müssen wir noch sein. Ah, Mist, der Pfeil. Zu spät reagiert. Zu spät reagiert. Wir sind gar nicht mal so viele, oder? Ne, eine kleine Runde ist das hier. So, dann wollen wir mal Gummi geben. Vielleicht kriegen wir den letzten Jahr. Verdammt! Wäre schön gewesen. Ja, dieses Schild ist natürlich eine gute Möglichkeit. Aber wir waren hier zu dritt. Verdammt! Na, egal. Oh, darf ich als Jäger anfangen? Aber mit so wenigen ist das gar nicht mal so einfach. Aber so langsam fühlt es sich. Gut, 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 gut. Erledigen Sie dieses Cell-Pack. Na ja. Ah, verdammt! Komm, 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 komm. Ähm... Ah, nee, runterladen. Sie kommen, Bruder! So, wenn Sie hierbleiben sterben, hier! Noch 90 Sekunden, um Sie zu erledigen. Hm. Ah, warte, hier unten müssen Sie... Ah, ich treffe noch nicht. Ich treffe ihn noch nicht. Egal, einen habe ich erledigt. Ah, deswegen ist er noch auf mich zuge... Ich habe schon gedacht, warum rennt der auf mich zu? Mit einer Schrotze ist das natürlich nicht so einfach. So. Ah! Und zu spät aufschlagen. Mist! Ah ja, da bin ich... Bei Jäger bin ich immer etwas ruhiger als mir aufgefallen, weil ich hier mich einfach mehr konzentriere. Das ist nicht so irgendwo... Den kleinen Hund müssen wir doch mal hier rauskriegen. Ey, das gibt es doch nicht! Na gut, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Sie haben Cell nicht neutralisiert. Ja. Leider. Ah, der hat sich gut angestellt, der Junge. Muss man ihn lassen. Ach, na ja. Und im Neuen sind wir jetzt. Gut, gut. Schade, es wird wieder wenig Punkte geben. Oh, jetzt muss ich wieder überleben. Ich will nicht überleben. Ey, wo ist denn der Schrotz, ein Bubi? Ich möchte gerne mit dem laufen. Ungut, ungut, ungut. Da, 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 da. Nur noch 90 Sekunden. Durchhalten, Leute. Ich bin hier irgendwie allein auf halter Flur, kommt mir so vor. Der wieder. Nee, bei dem bleibe ich nicht. Der rennt nur weg und schützt mich nicht mit seinem Schild. Normalerweise die mit dem Schild nach vorne. Also, ich bin kein Jäger, ne? Du, so als Info. Noch eine Minute. Denkt an eure Ausbildung und bleibt ruhig. Wir können hier nicht bleiben. Das ist für mich. Wir haben hier Unterlagen. Sie sind überall. Jäger, Jäger. Ja. Verdammt. Ja. Zumindest habe ich ihn ordentlich gegeben. So. Das ist so. Das ist so. Sie sind Jäger. Sie sind kein Jäger. Ich bin kein Jäger. Da. Ah. Jawoll! Hätte mich gut aufgehalten, der Kleine. Ja, ich habe heute noch nicht mit Bogen gespielt. Erste Runde Jäger für den heutigen Tag und schon geht es so bescheidenlos. Ja, trotz allem, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschööö.